Okay, 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 kapiert. Es war ein bisschen spät, aber kapiert. Kannst du das irgendwie... Ja, das kannst du deaktivieren. Du musst zu dem Schalter unten, damit du das ausmachen kannst. Ich komme auch so durch fast. Boah. Okay, okay. Das war auch nicht knapp. Ich glaube, das ist jetzt aber hier scheiße mit dem... Dirk, 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 Dirk. Dirk, wach und Johnny, zieht los. Aber du hast eine dunten Farbe. Das ist eine dunten Farbe, die du da hast. Nicht. Ey, kein Problem. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich gucke auf mein Bild. Wir sind voll selbstverliebt, ey. Ja, oben oder unten. Jungs, sind wir oben. Ich habe einfach an den Rädchen. Boah. Was hast du gerade gesagt? Jungs sind nicht immer oben. Das stimmt. Unten ist sowieso besser. Ich habe so blöde Lachfalten sehe ich gerade. Nein. Du kannst gar nichts, ja? Du kannst nichts. Ja, natürlich. Die hat da einer hinziehen geschissen, ey. Ich habe dir doch extra gezeigt, wie man das nicht macht, ja? Kannst du hier. Hui. Oh, wir sind... Ah, Mann. Nein! Ey, du bist so behindert. Man, ich mag meine Lachfalten nicht. Das machst du. Hahaha. Holy shit, Alter. Holy shit. Guck mal, die Scheiße dreht sich voll. Ist doch egal. Wenn du drauf stehst, dreht sich das nicht mehr. Ja. Nein. Fuck. Ey, wir müssen uns absprechen. Du darfst nicht einfach rüberspringen. Ja, klar. Das ist für mich unmöglich dann darüber. Ja, ja. Dann gehe ich als erstes. Boah, ich bin fast da reingefallen. Ich weiß. Das ist irritierend, weil ich manchmal einfach zu dir gucke, wenn einer von uns sich so extrem bewegt. Das ist so ablenkend. Boah, das war auch knapp. Boah, und jetzt juckt auch noch meine Nase, ey. Natürlich, wenn wir Video anhaben. Warte doch mal. Ja, ganz ruhig. Mit dem passiert doch nichts hier. Boah, ich war schon wieder nicht im Bild. Ich will ja auch nur wegen der Musik. Nein. Nein. Okay, geh du erst rüber. Ja, ist egal. Nehmen wir nicht alle mit. Nein, du bist so behindert, ey. Warte mal, ich geh noch rüber. So eine Scheiße, ey. Nein. Mann. Wenn wir ein Level abgeschlossen haben, müssen wir in die Kamera gucken und so machen. Was? Mach einfach. Man sieht jetzt, dass du mit deinem Handy schaffst. Ich hab nichts gemacht. Nein. Warte, 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 stopp, halt, Moment. Warte mal. Ähm. Wir müssen einen Turm bauen. Ah, okay. Okay. Du musst nach oben, indem ich den lila Schalter betätigt, dass du darüber kannst. Ja, kein Problem. So, jetzt müsstest du da hochkommen. Jetzt musst du dir irgendwie so eine Treppe bauen damit. Warte, 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 warte. Also, hör mal drüber, ja. Ui. Versuch mal jetzt da hoch zu kommen. Das dürfte eigentlich. Ich brauch noch einen Steinmann, ey. Dann geh doch da rüber, Mann. Verdammt der Scheiße. Was ist denn da oben TNT? So, kannst du die beiden Schäden? The baden Schäden. Super Mario. Ja, mach mal. Gefahr wollte ich jetzt sagen. Wie soll das denn gehen? Nein, 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 nein. Nein. Ey, drauf geschissen. Moment. Wir brauchen das ja, ey. Moment. Können wir eigentlich aufeinanderspringen? Nein, können wir nicht. Machen wir nochmal. Du bist so tot. Versuch dich mal unter so einen Teil zu stellen, weil ich weiß nicht, ob das auf dich fallen kann. Nein. Nein. Willst du mal, komm, komm, geh du nach oben. Hast du extra gemacht? Nee, den bräuchte ich doch sowieso. Hey, weißt du was? Mach. Nein, warte mal, pass auf, pass auf. Du nimmst jetzt, ne? Du lässt den Stein jetzt einfach da drauf fallen, ne? Nein. Nein. Schieb den genau da drunter. Lass den Stein da drauf fallen. Weißt du? Ich mach jetzt den roten auf. Ne? Du springst drüber. Springen wir die beiden drüber. Über die beiden. Geht doch nicht, der springt doch nicht so hoch. Sieger. Ja, hat man ja gerade bei dir auch gesehen, ne? Ja, dann machen wir mal neu. Ne, wir können doch jetzt hier so eine Treppe bauen, wenn ich dazwischen komme. Nein. Nein, 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 nein. Hier so eine Treppe. So, uah. So, kann jetzt nur noch ein bisschen dauern, wie ich den geschoben habe. Hügeli 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 Du darfst nicht kommen Moment Du darfst nicht kommen So Jetzt müsste ich da eigentlich hochkommen Was ist das so macht man? Du dumm Kopf Ich bin gefangen Ich bin einfach zu dumm da hochzuspringen Oh Ich muss singen Du hast Nein 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 Einer geht immer nach links und der andere Was machst du denn? Bin ich da schon drin? Was das denn? Hey Guck mal das Mikrofon Da ist das Mikrofon Okay Nein das war absolut nicht cool Guck mal du kannst dir selber in die In den Nasepope per Bild so Weißt du wie mein Oh ja Was wir können sogar an Ne das machen wir jetzt nicht das dauert zu lange Das ist egal Das da Ich hätte gerne mal so ein Endboss zwischendurch mal Ja Ja natürlich gehst du jetzt Ja Ja Das war super schlau von dir Das war super schlau Ha 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 So jetzt gehst du Nein Also ich fähl beim springen Und du fällst beim denken Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Jetzt lenke mich nicht an Oh nein Oh nein Oh nein Meine Fresse jetzt Wenn du noch einmal abscheißt Ne Dann kotze ich dir auf den Teppich ey Welchen Teppich Nein Was soll Nein Oh Wenn du noch einmal abscheißt Nein Oh fuck Wenn du noch einmal abscheißt Dann kotze ich gleich dir auf den Teppich Ich könnte wohl nicht anders Ich sollte wohl nicht besser lachen Vor allem ist das lustig dass man das jetzt sieht Wow Nein Nein Schrei doch nicht so Oh Oh fuck Immer wenn ich das grad hier kriege Ist dann dieser Idiot der da an sein Handy rumspielt Weil der nichts besseres zu tun hat Macht der auch während der Aufnahme Deswegen sagt der auch so will nicht Weil ich immer der Trottel bin der da alles alleine macht Ich hab da keinen Bock mehr Die Frisse Okay Mein Gott ey du Ultragimp weißt du Gimp ist doch ein Grafikprogramm Ich benutze aber Photoshop Ah jetzt muss ich auch noch da auf den Annen Boah ey Hey Ich hasse dieses Level Mach Mach Re3 Alter Mach Re3 Re3 Level Jetzt Re3 hat Level nochmal Los schneller Guck mal wie scheiße schwer das ist Mann Oh Oh Ey Echtig Habt ihr nicht gesehen? Haben wir geschafft Oh Sieht man jetzt Oh Mein Gott guck mal Ich bin gerade in der Luft Weißt du wie mein Weißt du wie mein Oh nein Oh nein Oh nein Boah der reagiert manchmal so spät Weil der jetzt bei der Aufnahme ist Ein bisschen blöd aber ist egal Das ist jetzt so ein Wettrenner Jetzt pass auf was du mit dem Ding machst da oben Ich muss Warte ich muss hier drauf Nein 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 Warte Warte Nein Nein Das bringt euch nichts mehr Das fällt euch jetzt auch nicht mehr Wie Wie war das mit dem Denken Ey wie Hey du Ich bin hier nicht um zu denken sondern um zu lenken Oder wie geht der Spur nochmal Ja Find der die Figur Aha Weißt du Okay Ich mach das jetzt mal lieber hier oben ne Hauptsache der drutscht nicht runter Ich bin erster Na und Wuhuuu Rang B das war auch schlecht Boah ey Stefan Das ist mir nicht mehr sympathisch Hier ist ein Schalter Wuhuuu Wuhuuu Okay Ähm Ich will grad Ein bisschen überlegen Jetzt muss ich wahrscheinlich das nicht tue es einfach Tatsache Hehehehehehe Schieb mal den Wir sind doch richtig Nein Stopp Nichts Ach da kann ich ja durch Das ist ja kein Problem Jetzt kann ich den hier aufmachen Na ich möchte dem das handy wegwerfen und wegnehmen meine ich jetzt bewegt dich ich schreibe ich schreibe für dich hast du denn jetzt gemacht ich bin ja lustig dass sich der junge wie ein mädchen nein du musst ihn auf den blauen stellen ja eben ja dann drückt immer hier rauf drückte noch mal hier drauf warum muss jetzt hilf mir doch mal kannst auch mal was tun ja ich gehe schon einkaufen und so und du machst gar nichts sitzen ganzen tagen auf dem sofa kein problem kann man hier durch jetzt müsstest du mir wir haben ja zeit ich finde ja lustig dass das du mit einem feuerkopf dann oben nicht anfangen ist turbine nein wo das ist doch ws 45 1 erst muss ich mir die diamanten jetzt kannst du da bekommst sie eine ganze auge Nein, nein, nein! Ich komme mal oben. Ich habe noch nicht fertig.